So mein Lieber, ich höre jetzt immer öfter oder immer mal wieder das Thema, dass der Mann auch nach Jahren in der Ehe nicht genau weiß, ob sie gekommen ist und ich werde dir hier jetzt ein paar Dinge mit an die Hand geben, dass du sicher oder eben dir klar sein wird, ob sie jetzt gekommen ist oder ob sie nicht gekommen ist. Und als erstes mal nochmal ein paar Worte zur Orgasm-Gap. Man nennt das diese Orgasmus-Lücke, wo beforscht wurde, dass eben Frauen um die 30% weniger häufig und weniger oft zum Orgasmus kommen als Männer. Und das hat, das Ganze hat ja auch bestimmte biologische Gründe, die würde ich kurz nochmal hier anführen, damit du das verstehst. Ja, unsere Geschlechtsteile liegen ja zum größten Teil inwendig, können wir sagen. Und dadurch haben wir als Frauen eben, ja, wie soll ich das sagen, nutzen diese Gelegenheit weniger intensiv, uns da genauer kennenzulernen. Und deswegen, naja, führt das eben dazu, dass die Frau da sich selber vielleicht erst auf der Reise mit dem Mann dahin begibt, zu lernen, wie sie denn zum Orgasmus kommt. Und ja, es braucht ja auch bestimmte Faktoren, dass sie sich eben hingeben kann, weil es geht um Hingabe und Loslassen. Und das will ja auch gelernt sein. Das heißt, manch eine Frau braucht eben einige Jahre oder Jahrzehnte, bis sie überhaupt zum Orgasmus kommt. Und natürlich wünscht es sie sich. Also kannst du mir nicht erzählen, dass die Frauen nicht zum Orgasmus kommen wollen. Ja, sie wollen zum Orgasmus kommen. Und deswegen, also würde ich jetzt, sage ich jetzt hier so, deswegen sagen sie eben dann auch, ja, ich bin gekommen. Weil sie wollen es und sie wollen ja auch, dass du es schaffst, sie zum Orgasmus zu bringen. Das ist also jetzt kein bewusstes Hintergehen von dir, sondern sie möchten dir ja auch gerne eine Freude machen. Und sie wünschen es sich ja vielleicht so sehr und glauben daran, dass sie heute gekommen sind. So, und wie merkst du denn jetzt, ob sie gekommen ist oder wie kannst du da sicher sein? So, also erstens auf die Frage, ob sie denn gekommen ist oder ob sie einen Orgasmus hatte, reagiert sie ganz komisch. Ja, natürlich. Also so, dass du denkst, es fühlt sich aber komisch an. Oder du traust dich gar nicht zu fragen, weil du weißt, dass es nicht geht. Oder, ja, das ist eben, vielleicht fühlst du dich auch total doof, ja, weil eben du spürst nicht, ob sie gekommen ist und ob nicht. Und jetzt musst du auch noch fragen und das fühlt sich total schwierig an für dich. So, und dann der zweite Punkt ist, es gibt Gespräche über Sex, aber da will sie gar nicht ran oder sie will jedenfalls gar nicht mit dir darüber sich austauschen. Und na klar geht es hier auch darum, wie führt ihr dann die Gespräche und wie wird dann da miteinander gesprochen, was bedeutet das alles? Aber, egal wie das jetzt ist, wenn sie da gar nicht offen ist für, dann kannst du damit vielleicht auch, also da wird ja dann sozusagen deine Unsicherheit genährt. So, und wenn du sie auch noch fragst, das wäre sozusagen der Gipfel des Ganzen, du fragst sie, ob du gut bist im Bett oder ob du eben, naja, das alles richtig machst oder was ihr besonders gefällt oder warum jedenfalls. Und da ist sie auch so, ja, natürlich, ja, klar, du bist ein super Liebhaber. Und auch da hast du das Gefühl, ja, irgendwie, kann ich das wirklich glauben, ich bin mir nicht sicher. So, und ein vierter Punkt, woran du vielleicht noch messen kannst, ob sie gekommen ist oder nicht gekommen ist, ist der Punkt, wie geht es ihr dann nach ihrem Orgasmus? Also, hat sie die gleiche Stimmung oder diese gleiche, wie sagt man denn jetzt, nervliche Belastung wie vorher oder ist sie wirklich entspannt und gelassen und du merkst, dass sozusagen so eine gewisse Tiefe und Lockerheit, Zufriedenheit im Moment zu verweilen bei ihr ist, mit ihr ist. So, und was ist denn jetzt die Lösung, mein Lieber? Die Lösung ist, es geht darum, jetzt bin ich schon so tief entspannt, um ihre Lust, also dass du ihre Lust sozusagen, bevor du jetzt, ich sag mal, zum Penetrieren kommst, ihre Lust darf höher sein. Und sie darf wirklich, ähm, schon bevor du penetrierst, darf die Lust schon auf der, auf diesem Plateau sein oder kurz davor, jedenfalls nicht da unten, verstehst du? Also, sie braucht ja mindestens 20 Minuten, bis sie hoch, bis sie hier weiter oben angekommen ist und dafür musst du es immer wieder steigern, abbrechen, steigern, abbrechen, verstehst du? So, und die Lust der Frau ist ja auch zwischen den Ohren, das heißt, es geht darum, ihren Geist anzuregen und dass sie sich eben öffnet und dass sie es gerne macht und dass sie sich zeigt für dich. Und das kannst du alles nur ansprechen, indem du auch redest mit ihr. Sprichst du denn mit ihr? Weiß sie denn, was du möchtest? Weiß sie denn, was der nächste Schritt ist? Sprichst du denn darüber? So, und natürlich passiert das Ganze auch nur, wenn sie wirklich sich sicher fühlt und ihr vertrauen kann. Also, hier geht es darum, ist es gemütlich? Ist es warm? Bist du nett zu ihr? Lasst ihr euch Zeit? Ist auch überhaupt die Möglichkeit da, dass sie kommt? Oder bist du wie ein Berserker, wenn du dann in sie eindringst, dass du dann innerhalb von einer Minute fertig bist? Ja, wie soll sie denn dann kommen? Ist ja klar, dass sie nicht kommen kann. Also, mein Lieber, du siehst, du kannst auch jede Menge tun und schau dich mal auf meinem Kanal und da kriegst du alles, was dein Herz begehrt zu diesem Thema. Und wenn es ganz dringend und schnell sein soll, dass du Hilfe brauchst, trag dich hier bei mir zum kostenlosen Liebesleben-Gespräch ein. Ich freue mich auf dich und wünsche, wünsche einen schönen vierten Advent. Tschüssi.